hallo liebe sportsfreunde zur neuen folge der karriere nummer 33 haben wir jetzt schon und letzten letzte folge ging es ja um transfers wir haben ja einige geschafft auch für nächste saison schon zu planen und wir haben kein spiegelzweck gehabt das war die folge so lange heute kommt nur das spiel gegen bremen und ja sind da natürlich wahrscheinlich ja favorit ich muss mal auf die tabelle gucken dann noch und ja schreibt man die kommentare was halt hier eigentlich meine transfers bringen die mir was also ich denke mal schon und ja dann ich habe das immer noch nicht wie gesagt schreibt mir in die kommentare wie ich diese aufgabe diese nachwuchs entwicklung am besten lösen kann denn ich habe ja schon ein paar junge leute reingeholt ja ich verstehe es nicht so jetzt kommen wir uns aber erstmal wieder an und zwar bremen ist 13 ich bin dritter könnte erster werden wenn alles gut läuft wenn leberkusen unentschieden spielt und bayern verliert bin ich erster es wäre doch mal was wenn ich natürlich auch gewinne und ja bisher sieht es ganz gut aus ich bin voll dabei zwar sagt der vorstand dass es schlecht ist aber das ist auch egal so wir sind in bremen und es regnet mal wieder die stimmung ist auf jeden fall gut in bremen eigentlich immer auch wenn sie schlecht spielen ist die stimmung gut muss man euch sagen da sind andere vereine die sagen sich dann die fans so ach scheiße und pfeifen auch die eigene match oder aus der bremen ist es so wenn es wirklich mal vier fünf spiele richtig schlecht ist dann geht es dann los aber sonst halten sie es zum team und wir suchen jedes spiel sie aufzumutern und zu motivieren es gibt mal wieder keine aufstellung aber anscheinend spielsen mit gruse napi junozovic park frede wie ich gerade eben noch hier sehen kann garcia und ja bei mir sitzt dem beger auf der bank er ist ja wieder zurück ich habe noch nicht in die schadformation gesetzt der soll meine waffe für einwechslung sein denn so einer kann noch mal wenn es überhaupt nicht auf der richtigen krassen schwung reinbringen in die mannschaft und deswegen bin ich mal gespannt wie es dann wieder wird ich werde noch jeden fall einsetzen darauf können für euch verlassen so also ich habe angeschlossen und muss jetzt mal gucken wie ich am besten spiele denn bremen steht öfters mal sehr tief hinten drin kontern ekelhaft und man einem so das spiel schwer das leben so zur hölle sozusagen aber ich habe die erste tauschen zu lassen ne 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 spaßbar sagt es doch also erstmal konzentrieren hier ich kann auch mal wieder so ein pass dass das hätte machen denn da kommt der gegner ja auf jeden fall nicht dran und dann halt immer solche fiesen und dann passt der eh die schnittscher rein so jetzt schieße ich mal mit ihm aber nein ich habe rechts geschossen der hatte ihn doch schon auf dem linken fuß und zwar jetzt warum habe ich dann geschossen gleich nein habe ich wohl zu spick gemacht egal erste ecke ja und deshalb in der letzten zeit echt irgendwie dauernd spielig handball sozusagen immer dieser handball kreis das das gab es bei den letzten fifa edition auch nicht das ist echt ziemlich ausgeprägt hier dass sich die gegnermannschaft so zurückzieht das dass man echt so spielen muss um der gute passt der kam an aber ich war leider mit scheinen nicht mehr bei unter der rolle bringen und somit geht er ins haus und das meinte ich nach wie schnell man kommt nicht hinterher sind sie gleich mit vier leuten vorne und ich mache da hinten ihre scheiße also bremen steht sehr kompakt wie man hier sehen kann es richtig schwierig da durchzukommen und da war ich auch noch viel besser läuft doch jetzt habe ich noch platz ob wir haben gerade auch so was mit bayern ich habe nicht ganz aufgepasst ich bin nicht ganz auf die schweizkonzern zu drehen gehabt was waren das für eine hundertprozentige tausendprozentige scheiße und bayern liegt zurück das hätte gepasst das hätte jetzt echt mal richtig gut gepasst meine erste chance und dann so knapp schmelzer sitzt nur auf der bank deswegen wird auch oben eingeblendet denn er ist ja eigentlich der kapitän aber gerio hat durch das training als er das level erhöht hat hat ihn von der stärke überholt und deswegen spiele ich jetzt mit gerio das ist auch bei mir immer so immer der immer der stärker auf der position der spielt bei mir außer es echt so keine ahnung ich habe mir torus gekauft oben im jagen trifft nicht nur torus hat dann nach 10 spielt dann 20 tore dann spielt torus natürlich ist ganz klar aber normalerweise passiert sowas sehr sehr selten so passen nein warum verliehe ich denn da wieder gut hat trotzdem dabei weil ich gutes pressing gemacht habe mit gerio so außenpfosten jetzt hatte ich mit ihm in zehn minuten schon zwei krasse chancen oh der ist auch noch getunkelt ok mit der hacke hat ihn erst so gefährlich gemacht es geht also michael aber ich bin schon dran hätte schon das eis zu verdient gehabt mal sehen ob es noch vor der pause kommt Okay, jetzt drückt Präm und das war ein bisschen dumm. Hoffentlich gibt es nicht irgendwas krasseres, außer Gelb maximal, aber hat auch eine gute Freischussposition, es gibt Gelb, ja. Bei seinem Ex-Verein kriegt er gelbe Karte, war ja mal eine Zeit lang bei Präm, dadurch ist er erst richtig bekannt geworden in der Bundesliga und auch richtig zu einem sehr, sehr guten Innenverteidiger geworden. Das muss man prämen lassen, den haben sie richtig aufgebaut und dann kam er doch noch und da haben sie gesagt, ja, den nehmen wir. Okay, der war nicht so schlecht. Nur so witzig, der kann das ja. Ja, Götz ist ein bisschen zu klein. Ging jetzt schon knapp vorbei. Aber man sieht ja auch, ich stehe viel tiefer als am Anfang des Spiels, als ich über die Handball-Sache gesprochen habe. Jetzt muss ich echt gucken, wie ich aus meiner Hälfte rauskomme. Damit hat Bremen gleiches Statt-Defensiv ausgeglichen gemacht in der Taktik und schon stehen sie weiter vorne. Aber das war jetzt gut. Schade. Ich weiß eigentlich nicht, mit Götze mal richtig gut zu spielen. Oho, 63% Ball-Gesitz, okay. Okay. Ist ja wie Bayern, in echt. Das war sehr stark. Ich bin gespannt, wie ich das dann mache nächste Saison, denn Pepe kommt ja zu mir. Da habe ich ja schon, keine Ahnung, 5 gute Innenverteidiger. Ne, war ja noch 1, 2, 3, 4. Doch, dann mit Pepe 5 genommen, ja. Da habe ich noch ein bisschen Platz jetzt. Flanke ich mal, oder? Ne. Jetzt und? Oh! Ist heute wieder mittig. In der Nachspielzeit. Jetzt das Abfall. Ich hätte schon 3 Tore mit Obiang machen müssen. Also, 2 müssen und 1 hätte ich jetzt machen können. Hoffentlich schadet es mir nachher nicht. Ja, da muss ich gucken, wie ich am besten die Chancen benutze. In der zweiten Halbzeit. Und ich denke mal, wir sehen gleich Dembélé wieder. Bis dahin. Ciao. Da haben wir ihn auch schon. Zu kurzem Schürde und Reus gehen raus. Dembélé, Abram und Odegaard. Der Neue aus Real Madrid. Ausgedient. Kommt rein. Nein. Schein geht raus. Sorry. Nicht Reus. Also, von Odegaard. Ich hatte ihn ja schon ein, zwei Mal gehabt. In anderen FIFA davor. In den Karrieren. Und ich konnte ihn richtig gut aufbauen. Hat bei mir auch. Ich konnte ihn auch sehr, sehr gut spielen. Deswegen. Oh. Jetzt geht es schon los. Jetzt geht der Elfmeter, oder? Jawoll. Jetzt geht der Elfmeter. Jetzt geht der Elfmeter. Jetzt geht der Elfmeter. Jetzt geht der Elfmeter in der 49. Minute. Durch ein Foul von Garcia an Piszczek. Es war ein nicht hartes Foul, aber er hat einen komplett aus dem Tritt gebracht. Somit ein verdientes Ereignis für mich. So Reus. Ich schieße mal rechts unten. Flach rein. Ich hasse Elfmeter. Ich hasse es echt. Dieses System hier. Das neue System. Von FIFA. Weil ich mich wieder schießen. Das geht einfach nicht. Jetzt gebe ich die nächste. 100%ige. Ab. Na gut. Ich bin schon wieder dabei. Und kann hier auch noch meine Schocks nutzen. So Reus. Reus alleine. Jetzt können sie schießen. Wieder Elfmeter. Innerhalb von 3 Minuten. 2 Elfmeter. Fall low. Jetzt. Könnte ich ihn ja eigentlich benutzen. David kommt okay. Das ist aber ein klares Foul. Und. Ich nehme es glaube ich nicht raus. Ich nehme es glaube ich nicht raus. Da. Sehr schön. Ich glaube ich nehme mal. Ich nehme mal. Dembele. Der comeback. Kann gleich ein Tor machen. So jetzt. Schieß ich in die Mitte. da rechts. Ja. Immer wenn es nichts anderes geht. Schießt man in die Mitte. Dann geht der schon irgendwie rein. 1-0 Dembele. Hoch verdient in der 52 Minute durch den Elfmeter hier. sehr, sehr schlecht geschossen, das muss man auch sagen. Das ist ja noch so. Aber ich habe reingemacht. Und somit bin ich auf einen guten Weg, vielleicht wenigstens einen Platz gut zu machen. Ich weiß nicht, wie Leverkusen spielt, aber Bayern verliert der Karte, so wie die Anzeige vorhin war. Und deswegen läuft bisher. Mal sehen jetzt, wie Bremen reagiert, ob sie weiter aufmachen oder so bleiben, denn wenn sie so bleiben, ich habe Minimalchancen, aber wenn sie aufmachen würden, könnte ich halt wirklich mein Spiel durchbringen. Dann sollte ich haben... Oi, 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 was war ich denn da? Was soll denn das? Sokrates sehr dumm gemacht und dann Glück gehabt, dass er nur als Außenlist geht. Bremenwechsel, Petzels runter, Fritz rein, der Kapitän, bringt ein bisschen Erfahrung rein und vielleicht ist er nicht so offensichtlich wie Petzels. Ich glaube, Petzels ist eigentlich schon ja, Stürmer schon fast, glaube ich. und Clemens ist natürlich eher für die Defensive, beziehungsweise für das geordnete Mittelfeld zuständig. Das heißt, Bremen will hier nicht noch mehr Tore kassieren. So verstehe ich das jetzt erstmal. Aber das hier, wie, ich musste so lange auf diese Sachen hier warten, dass ich einfach vorbei reden kann. Aber dann überjagt schon wieder. und den Ball Trössen habe ohne Probleme hier auch wieder. Okay, da habe ich einen kleinen Ferdinand, aber okay, Napri ist auch schwer. Muss man auch sagen. Aber der Bélé bereichert schon wieder mein Spiel. Und wir haben ja gerade eben in der Anzeige links oben gesehen, ich habe 10 Schüsse, Bremen 4 aufs Tor. Da sieht man auch mal, wie er das Spiel hier eigentlich macht. Und Bremen hat kein Einflussprogramm in der nächsten Woche. Erst mich, jetzt dann auch Bayern danach. Und ich habe ihn. Da können sie schon noch weiter abrutschen, in der Tabelle. Soll mir recht sein. Mainz gegen Köln. Köln für 2-0. Okay. Sind ja oben auch ein bisschen näher dabei. Die Kölner. Und deswegen wurde wahrscheinlich Fritz reingetan. Und deswegen. Okay. Hab ja aber. So, 20 Minuten noch. Ist gerade nicht viel los. Muss man echt auch mal sagen. Ich spiele gegen Mainz, das ist nichts schwierig. Okay. Das war eigentlich ein Foul. Spiel halt weiter. Und wenn ich das gewinnen sollte, ist auch mal ein schöner Start ins 2007er Jahr. Äh, 2017er Jahr. Wir sind schon 10 Jahre weiter. So, Bremen kriegt nochmal hier die gelbe Karte. Da ist es. Bartels, oder? Ja, genau. Philipp Bartels. 72 Minute am Foul an Guerrero. Ja, wie der da reingegangen ist, kann man mal gelb geben. Richtig. Ich muss aber irgendwie noch ein Tor schaffen. Weil 1-0 ist immer gefährlich gegen Bremen. Das hat man auch öfters schon in der Preview von der Bundesliga gesehen. Keins ist rein. Napri raus. Okay, das hätte ich vielleicht nicht gemacht. So, Castro und... Ja! Castro ist da. Er ist endlich aufgewacht bei mir. Aufgetaucht. Und getaut. Deswegen spielt Castro wegen solchen Schüssen auch. Super Sache. Wiedwald. Ohne Chance. Und somit steht es. 2-0. Spiel müsste entschieden sein, denn von Bremen kommt nicht mehr viel. Ja, und... So kann es so weitergehen in der Saison. Das sind aber nur noch meine Fans. Natürlich, weil Bremen ist jetzt ein bisschen geschockt. Oh, das geht gleich weiter. Jetzt falten sie auch. Okay. Das war schlecht von mir. Oh, Fritz okay. Okay, aber Abram war da. Und... Bodegard auch. Von dem sieht man nix eigentlich. Aber er... macht halt vielleicht gar nicht so schlechte Pässe. Deswegen sieht man keine Fehlpässe. Und zweitens... Er spielt ja nicht immer offensichtlich mit Feld, sondern... ist... Werden wir gleich sehen. Es ist das zehnte Tor von Obi-Wan. Er hat die Zehner-Marke endlich geknackt. Am 17. Spieltag. Das ist kein schlechter Schnitt. Durchschnitt in jedem Spiel mindestens ein Tor. Und das Spiel sollte jetzt eigentlich sicher nach Hause gefangen werden. Geil wäre es natürlich, wenn ich zu Null spielen würde. Und hier ist Odegard mal. Bremen macht komplett auf. Das wäre doch machbar jetzt hier. Und... Oh, Götze noch mal. Der Belay. Und ich schieße drüber. Ich hätte locker das 4-0 machen können hier. Es war 4 gegen 1. Und ich schieße daneben. Höhe war eigentlich noch in Ordnung. Aber zu weit links. Johannsen bei Bremen nochmal rein. Stürmer für Barcrede. Jetzt plötzlich spielen sie nochmal offensichtlich. So, jetzt mit dem Belay noch mal schön kontern. Hier. Wenn er zur Pause kommt. Ist er ja auch noch frisch. Berennt einfach alle. Und dieser Pass war sowas nicht schlecht von mir. Es war wieder 3 gegen 2. Ich nutze einfach meine Konterchancen gerade nicht aus. Da muss ich nochmal aufpassen. Aber wir sind schon in der Nachspielzeit. Der regulären Spielzeit. Und... Die ist auch schon gleich zur Hälfte rum. Es geht 4 Minuten. 2 haben wir gleich. Und... Ja, Aubameyang 5 Schüsse. Kruse 2. Und Aubameyang hat nur 1 Tor. Ey. Das ist so bitter. Allein durch die ersten 2 Chancen im Raut von mir. Da hätte ich schon 2-0 führen müssen. Oh. Oder gar. Das war eigentlich nicht schlecht. Aber er verliert trotzdem den Ball. Mit der Hacke. Alter. Jetzt trau ich. So weit kommt. Das ist einer. Das ist einer. Ja. Jetzt weifst er ab. Nee. Oder? Okay. Böses zweifft man selbst von Bremen. Mann-Fans. Klar so Sache. War nie wirklich im Spiel drin. Aber... Boah. Jetzt pfeift er da ab nochmal. Ich weiß nicht. Vielleicht nochmal Chance gehabt. Mit Reus oder mit jemand anderem. Na ja gut. 3-0 kann man nicht meckern. Zu 0 gespielt. 3 Tore geschossen. Und... Somit auch 3 Punkte geholt. Müssen wir in der nächsten Folge mal gucken. Ob ich den Platz gut gemacht habe. Denn die endet jetzt hier. Hoffentlich hat es euch gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen hoch. Kanal noch abonnieren, falls ihr es nicht gemacht habt. Und... Ja. In nächster Folge wird es wieder Transferarbeit mitgeben. Aber ich wollte eigentlich auch das meiste Spiel noch reinhauen. Gucken wir mal, wie es läuft. Ja. Hier verlinke ich... Habe ich euch ja noch die Sachen alle verlinkt. Ähm... Die ihr euch auch noch reinziehen könnt. Und dann sage ich auch schon... Ciao. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten mal.